Der DAX sieht schon einigermaßen stabil aus, allerdings kann man das noch nicht für alle Märkte tatsächlich sagen. Doch gucken wir erst mal, was der DAX heute bis jetzt gekonnt hat. Das sieht nicht ganz so schlecht aus. Wir sind immer noch in dieser leicht positiven Situation. Und ich sage das bewusst leicht positiven Situation. Es ist ganz klar ein Aufwärtstrend, was wir hier haben, auch wenn man das nicht so richtig wahrnehmen und wahrhaben will. Aber es ist ein Aufwärtstrend. Aber die Begeisterung ist natürlich offensichtlich nicht super groß im Moment. Und das spricht eigentlich eher dafür, dass das so ein typisches Bullen-Nein-Falsch-Bären-Flaggen-System ist hier, was wir haben. Mit steiler Abwärtsbewegung und jetzt so ein bisschen leicht hängend nach oben. Mit besten Chancen eigentlich nach unten. Wir sollten also hier weiter die Abwärtsseite auf dem Kicker haben. Man hat vielleicht so ein bisschen den Eindruck, na, aber so schlecht ist es doch nicht. Tatsächlich, wer jetzt sehr mutig ist, der kann natürlich sagen, hier wäre ein möglicher Trigger innerhalb dieser Aufwärtsbewegung. Kann man das zumindest mal vermuten. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Kurs kommt eigentlich nicht so, wie ich hier gezeichnet habe, sondern der Kurs kam zwischenzeitlich von hier. Und das ist eigentlich nicht das perfekte Szenario, um hier jetzt wieder auf die Long-Seite zu springen. Ich will es jetzt nicht verdammen, es ist nicht generell unmöglich. Es ist also schon möglich, hier reinzugehen. Wenn wir also sagen, na, ich würde schon gerne mal so ein bisschen reinschmecken in den Markt, auf die Long-Seite, dann wäre das hier ein möglicher Trigger hier, um auf der Long-Seite wieder mit dabei sein zu können. Dann aber dringende Empfehlung, vorsichtig sein, schnell auch mal den Stopp nachziehen. Das kann zwar dann nachteilig sein, weil man dann kurz ausgestoppt wird, aber wir kennen alle das Problem. Im Moment sind die Gaps ja teilweise ganz schön heftig, wenn wir uns das mal hier angucken. Vor und nach dem Wochenende, das war hier von, wir können das ruhig zeichnen hier, das waren mal eben auch 400 Punkte, die das Ding niedriger in etwa eröffnet hat. Das hat man nicht so gerne auf der Uhr, wenn man mal kurz nicht dran ist. Gut, wir können ja auch über Nacht handeln, das ist jetzt hier der Index. Allerdings übers Wochenende geht das natürlich dann auch meistens nicht insofern als Idee, hier dann den Stopp wirklich eng nachzuziehen. Und wenn er dann läuft, super, dann klatschen wir in die Hände und freuen uns und wenn nicht, dann eben da draußen bleiben. Doch gucken wir lieber auf den amerikanischen Markt. Und wenn ich ehrlich bin, ist das mit Motivation, weshalb ich da noch nicht so glücklich bin, weil das ist eigentlich nicht ein Bild, was jetzt gerade Bullish sich anmutet. Im Gegenteil, wir haben wieder unser klassisches, typisches Wackelig hoch, dann wieder Stall runter, dann ABC hoch und jetzt hier wieder Stall runter. Augentraining im Nachhinein, hier war zumindest nochmal eine Short-Situation für die, die die fünften Wellen gerne handeln wollen. Es gibt eine gewisse Chance, ey, fünf, fünf ist doch gerne das Letzte, was es gibt. Und zwar das allerletzte, ja. Danach müsste es erstmal wieder nach oben kommen. Und das wird jetzt wieder eine spannende Geschichte. Ob das jetzt tatsächlich irgendwie so aussieht und dann wackele ich runter, das wäre zumindest eine Chance. Da bin ich allerdings noch nicht so sehr von überzeugt. Warum? Weil das nicht das Tief ist. Wir sehen das hier im Stundenchart beispielsweise. Ich zoome es mal ein bisschen raus. Minute ist ganz schön ambitioniert zugegeben. Aber wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir schon, der Markt ist nicht auf dem letzten Tief hier gewesen, wo wir hier schon waren. Das heißt, das hier scheint nicht wirklich eine Abschlussbewegung, diese Abwärtsbewegung zu sein. Es kann sein. Es gibt sowas wie eine abgeschnittene fünfte Welle. Aber wie das immer so ist mit, es gibt sowas. Es kann sein. Das klingt alles noch nicht so super überzeugend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mich reißt das noch nicht so sehr mit. Allerdings muss es das ja auch noch nicht. Tipp oder Hinweis. Sowas ist immer ein ganz gutes Indiz dafür. Ey, cool. Schüpf fünfwellig runter, wackelig nach oben. Trigger auf der Unterseite mitnehmen. Hier natürlich dann unterhalb idealerweise. Das wären Möglichkeiten. Auf der Oberseite bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Man ist dann gerne versucht, hier dann Short zu gehen. Aber solche Szenarien sind auch denkbar. Wir hatten da letztens schon mal drüber gesprochen. Es sieht doch hier ganz schön nach einer Endbewegung hier hinten aus. Dass das vielleicht sogar bedeutet, dass der Markt nach unten den Drive, die Lust, den Spaß verloren hat. Ich halte das nicht für abwegig. Im Gegenteil. Ich kann mir das sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass der Markt da einfach gar nicht mehr die Power hat und sich da doch sehr, sehr zurückhaltend aktuell dann auf der Abwärtsseite vorläufig erstmal verhält. Das werden wir natürlich abwarten müssen. Da warten wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Und das sehen wir dann, na super gezeichnet, das sehen wir dann an diesem Ende, wie das da weitergeht. Gucken wir nochmal ganz kurz ein bisschen auf das, was sonst noch so am Markt ist. Crude Oil ebenfalls so halbwegs in der Aufwärtsbewegung. Zumindest mal die Abwärtsbewegung ein bisschen begrenzt. Was schön ist, ist, dass die Aufwärtsbewegung sehr dynamisch ist und dass die Abwärtsbewegung ganz klar korrektiv aussieht. Das lässt zumindest mal hoffen, dass wir eine Chance auf den Anstieg haben, auch wenn der Rücksetzer sehr weit runtergegangen ist. Und wer Fibonacci-Liebhaber ist oder mich ein bisschen kennt, der weiß, wenn es so weit runterkommt, ist das eigentlich nicht mehr so mein Ding. Denn wir sind schon arg weit runtergekommen. Aber es ist schon offensichtlich, dass das nicht die wirklich super dynamische Bewegung hier ist. Deshalb bleibt die Hoffnung, dass das vielleicht jetzt zumindest mal ein bisschen nach oben geht. Uns als Händler soll es egal sein. Wenn ich von Hoffnung rede, ist es uns eigentlich ja völlig schnuppe, ob es hoch oder runter geht. Wir brauchen nur ein klares Bild. Und das war hier vorne relativ stark nach oben und hier hinten eben sehr stark abgeschwächt auf der Abwärtsseite. Und dementsprechend eben auf der Abwärtsseite, wenn wir hier diese Hochs dann nochmal triggern. Abschließend nochmal so einen Blick auf Gold. Wie sieht es da aus? Eigentlich bräuchten wir da nochmal einen Rücksetzer. Wir hatten diesen Rücksetzer, also einen Rücksetzer vom Rücksetzer sozusagen. Denn wir waren sehr zügig nach unten gekommen. Das sieht mega cool aus. Bedeutet eigentlich, dass sowas nochmal passiert. Und auch so die Indikation deutet da ein bisschen drauf hin. Ich will das nicht jetzt überglorifizieren. Aber hier so eine Indikatoren-Situation spricht zumindest mal dafür vor. Vielleicht dauert es jetzt ein paar Wochen, bis wir wieder nach oben, also richtig nach oben gehen. Wenn überhaupt. Ich haue mal den Nagel in die Wand. Wir hatten ja schon darüber gesprochen ein paar Mal, wie die Szenarien aussehen können. Aber gute realistische Chancen zumindest mal, dass wir jetzt noch nicht fertig sind mit der Abwärtsbewegung. Aber diese Gegenbewegung, die Korrektur nach oben, die ist eigentlich noch ein bisschen zu klein, ein bisschen zu unausgeprägt. Höhe würde gerade für mich reichen, aber viel zu schnell. Ich brauche das ein bisschen langsamer. Die Korrektur sollte nicht schneller vorbei sein oder so viel deutlich schneller vorbei sein als der Abstieg. Wenn wir jetzt hier nochmal reinlaufen, irgendwo in diese Zone, dann hätten wir diese Bedingungen erfüllt. Das heißt, wenn wir irgendwo hier in diese Kiste, keine Ahnung, ob wir noch bis zu dieser Marke dranlaufen, aber hier irgendwie, und dann hier die Drehbewegung kommen. Jetzt wäre ja mein klassischer Trigger hier unten drunter. Den finde ich aber mega uncool, weil die beiden ja fast gleich hoch sind, oder tief in diesem Fall. Also insofern finde ich die Seite doof. Aber wenn ich doch sowas hier erwarte, dann kann ich doch mal sagen, gucken wir uns das Ganze hier an. Das heißt, wenn ich hier noch ein bisschen höher komme, so ungefähr wie ich das hier eingezeichnet habe, und dann auf der Abwärtsseite nachher irgendwie sowas. Das kann ruhig im 15-Minuten-Chart, vielleicht sogar im 5-Minuten-Chart sein. Dann sage ich mir, hey cool, das passt doch, kleine Bild, in das große Bild der Erwartungshaltung nochmal nach unten. Und dann kann man hier durchaus die Short-Seite nochmal fahren. Die finde ich eigentlich besser, aber ganz wichtig, ich möchte es auch wirklich sehen, solange die eine Richtung immer noch so steil ist und die Abwärtsseite zumindest mal teilweise eben nicht steil ist, oder hier im Kleinen zumindest mal hier über das Ding konnte man sich tatsächlich streiten. Aber solange das so rum ist, ist das latent gesprochen doof. Aber sobald sich das ändert und die Richtung alleine von der starken und den schwachen Richtung sich dreht, dann haben wir eine gute Chance, dass das sogar in das größere Bild reinspielt. Das heißt, was wir hier auf 5 Minuten, 15 Minuten sehen, sich nachher passend auch im 4-Stunden-Chart oder vielleicht sogar bis auf Tagesbasis dann entsprechend noch ausweiten wird. Soweit mal so ein paar Ideen für den heutigen Tag. Ich hoffe, dass das ein bisschen Anregung war. Alles Gute für heute und dann sehen wir uns morgen gerne wieder.